Da ist quasi der zweite Punkt, der eigentlich ganz interessant ist, den hast du mir jetzt glaube ich im Sommer schon irgendwann mal erzählt, dass vor allem bei so etwas offeneren Brainstorming-Meetings ist es einer der größten Hacks und das fällt mir immer auf, weil wenn ich es vergesse, dann ärgere ich mich darüber, dass ich es vergessen habe, nämlich ein Aufnahmegerät mitlaufen zu lassen, wenn man offen brainstormt. Nämlich sofort, wenn man irgendwie sich hinsetzt, ob das beim Whiteboard ist oder bei einem Tisch oder wie auch immer, sofort das Handy, das Tablet, was auch immer, sofort nehmen, auf Aufnahme drücken und einfach nebenbei laufen lassen. Und wie gesagt, also mir fällt das vor allem dann auf, wenn ich es vergesse zu machen, merke ich, ach ja, das wäre schön gewesen, wenn ich jetzt nochmal zurückhören könnte, was wir vor fünf Minuten gesagt haben, weil das war super wichtig und ich würde das gerne jetzt reinbringen. Ja, ist natürlich nicht immer so gut machbar, ist aber ein super Hack und das gehört aber für mich für dieses gesamte, dieses ganze Meeting-Thema, wo das schon beginnt beim richtigen Kalenderpflegen bis hin zu wie gehe ich in das Meeting hinein und dann das Allerwichtigste ist eben das Ganze aufzuarbeiten mit diesem Time-Blocking.